Tag zusammen! Es gibt Dinge, über die freut man sich riesig, wie zum Beispiel hierüber. 45 Jahre ist es locker her, dass ich diese Peter-Kreuder-Scherlack mit dem Titel rücksichtslos in Darmstadt auf einem Trödelmarkt erwarb. Doch es kommt so oft ganz anders, ein guter Freund besucht mich, der hat Freude an dieser Platte und ich habe sie ihm geschenkt. Und so ging es jetzt mir. Besuch im Phono-Museum. Ein Gast gab etwa 150 Platten ab. Eine kleine Auswahl sehen Sie hier. Und schon ist dieser schöner Titel rücksichtslos jetzt wieder in meiner Sammlung. Dafür bedankt sich der Plattenjockey Volkmar. In meiner Sammlung. Musik 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 Musik